hallo meine lieben ich melde mich kurz bei euch und zwar brauche ich eure hilfe ich habe in dem langen video in dem letzten als das was am montag auf jeden fall mal jetzt rauskam euch gefragt ob ihr interesse habt dass ich euch schmuckstücke zeige von mein sterling das ist ein schmuck hersteller die haben mir eine kooperation angeboten und ich habe im video auch gesagt dass ich schon rein interesses halber die mal nach den bedingungen fragen werde und jetzt habe ich die e mail bekommen und es lautet einmal im monat senden wir dir also mir ein bis zwei schmuckstücke deiner wahl du bekommst und ein code auf den die follower kostenlos kostenlosen versand erhalten so folglich für euch euer gewinn von dem ganzen wäre natürlich dass ich mir die schmuckstücke ansehe euch meine ehrliche meinung dazu sage und dass ihr dann kostenlosen versand sozusagen bekommt ich weiß nicht wie teuer ist so ein versand sein kann das wird ja fünf euro nicht überschreiten im endeffekt genau und der gewinn für mich wäre dann dass sie dann mein anhand des codes den umsatz ermitteln bla bla und am zwanzigsten des nächsten monats zehn prozent umsatzbeteiligung also ich erhalte zehn prozent umsatzbeteiligung ich brauche ehrlich gesagt keine das nicht also ich mache meinen kanal wie ich schon gesagt habe nicht wegen geld das aber hier alles ist kostenlos ich mache das lediglich für mich und ja frage an euch habt ihr interesse daran soll ich das machen weil ich will aus meinem kanal kein verkaufsladen machen für schmuckstücke oder sonstige artikel die meinung von dem was ich mir persönlich kaufe ist habt ihr ja sowieso ja immer meinung meine meinung dazu wäre natürlich auch ehrlich nur weiß ich nicht ob der aufwand sich überhaupt so long lohnt auch für euch das heißt ihr müsst dieses video auch euch dann auch anschauen habt ihr interesse sowas zu schauen ehrlich wenn ihr interesse habt will bisschen daumen hoch sehen wenn ihr kein interesse habt daumen unten also nicht auch fürs video daumen unten bitte in den kommentaren schreibt mal in die kommentare daumen runter für das video bitte keine daumen nach unten stellen ich wäre traurig ja okay ich würde es verkraften aber in die kommentare das muss man ja klar sagen wenn ihr interesse daran habt dass ich in die kooperation mit denen gehe das heißt nicht dass ich dann wirklich auch tue sondern ich denke danach und sehe wie viel was wie viele von euch das überhaupt haben möchten dann daumen hoch in die kommentare wenn ihr wenn ihr daran kein interesse habt daumen runter in die kommentare okay schreibt nicht so viel text weil das ist für mich dann einfacher auszuwerten könnte auch gern was schreiben aber ich zähle dann einfach die däumchen durch und weiß dann bescheid und guck mal ob ich das dann mache oder nicht so das video soll jetzt nicht super lang sein sondern ganz kurz und an der stelle liebe grüße an euch und weil kommt noch ein neues video von mir raus etwas länger als das hier ich warte auf eure rückmeldung bis bald also apropos für die die das lange video vielleicht nicht geguckt haben ich werde euch diesen schmuck hersteller mal verlinken und nochmal dass ihr wisst wer also wie er heißt ich zeige es nochmal hier in die kamera so jetzt muss ich aber auf die kamera tippen seht ihr das so heißen die mein sterling das ist deren antwort jetzt gerade an mich gewesen die zeige ich jetzt nicht komplett aber ja genau so wenn ihr interesse daran habt ihr wisst was ihr was zu tun ist ich warte ich warte bis ungefähr so montag und dann also vielleicht sonntag abend und dann antworte ich mein sterling ob ich da interesse daran habe oder nicht gut noch mal bis demnächst